Jomo-Mäule, Flüte und Heule, liebe Landratten und Rettchen und Rettinnen, willkommen zurück bei Let's Play Together, kein Minecraft-Let's Play. Mit mir dabei, Gretne, Dagome, Rosinante, Donchiot, Brunhilde, Zerdozio, der Papst, nee, der nicht, ähm, was? Chirot heißt das Pferd. Chirot. Chirot. Den hast du alles eingeladen noch. Naja, ich dachte, die bringen wir ein bisschen Prominenz mit. Ja, aber der Papst. Den wollen wir ja gar nicht haben. Naja, ich dachte, hier steppt der Bär, hier tanzt der Papst und so. Das heißt, es ist nicht hier boxt der Papst? Nicht der boxt. Ja. Was macht denn der Kickboxen? Wer hat mir jetzt Eisen geklaut? Oh Gott, hab ich das Eisen aus Versehen mitgenommen und das ganze Eisen verloren? Nee, ich hab das Versehen mit auf der kompletten Reise. Ah ja, gut. Anno zeigt Eisen. Ich wollte ja mal zu einer Rosinante gehen, mich entschuldigen. Das neue Format. Bald auf Anno's Kanal. Ja. Rosinante ist ganz aufgeregt und rennt durch den Hof hier. Rosinante, ruhig bleiben. Oh, ich hab's gehauen. Das ist mal an der Hau. Ist asoziales Arschloch. Ich wollte sie doch nur... Ich wollte sie doch nur... Der Arme. Echt, aber ohne Scheiß. Gemein. Entschuldigung, Rosi. Jetzt war eigentlich der Plan. Alles gut. Jetzt wissen wir leider immer noch nicht, wie man ein Pferd erfüttert, ne? Nee. Wo ist eigentlich das andere Pferd? Ach, der steht da drin im Stamm. Wir haben auch in der Pause mal wieder nicht nachgeguckt, wie man Kekse macht. Ja, kacke. Haben wir eigentlich irgendwas nachgeguckt in der Pause? Nee, wir haben ganze 10 Sekunden Pause gemacht. Vielleicht lag's daran, dass wir nichts gemacht haben in der Pause. Ach ja. Ich bring jetzt den heiligen Sattel mal wieder hier rein. Wo war denn der drin? Der heilige Sattel, ne? Haben wir schon eine Toolkiste mittlerweile eigentlich? Nein, ich mach jetzt einfach mal eine. Weil dann würde der Sattel da eigentlich auch reinpassen. Wo ist denn jetzt Holz da? Ach, ich hab sogar Holz. Ich hab das Gefühl, mein Inventar wird nie leerer. Liebe Penedika, ich hab gerade einen Kürbissamen geerntet. Ich hab gerade gedacht, du sagst jetzt, ich hab gerade einen Kürbissamen nachgeguckt. Das auch. Das wäre der nächste Satz gewesen. Wo soll denn die Toolkiste mal hin? Ist das hier nicht eine Toolkiste neben dem Ofen? Nee, das ist eine Kiste mit Ressourcen. Nennen wir es Ressourcenkiste. Ressourcen. Ressourcen. Soll ich gleich Brot machen, wenn ich schon hier an der Essenskiste bin? Hast du? Es sind sieben Stück, also zwei Brot würden gehen. Na ja, wenn sie mal eine. Ich hab übrigens auch Milch. Aber zwei Brot kann man halt so schlecht unter dreien aufteilen. Ich würde sie erst mal in die Kiste packen, dann kommt bestimmt noch Weizen dazu. Ich hab noch eine leere Schüssel. Dü, 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 dü. Ach, wir haben jetzt auch Milch. Wir haben jetzt ein Milch. Die Frage ist nur, wie weit das reicht. Wahrscheinlich nicht so weit. Ja, ich würde mal probieren halt irgendwie. Ich denke, man braucht Getreide, Milch und... Ja, die Frage ist, ob ein Milch halt reicht. Aber das wirst du relativ schnell rausfinden. Ich glaube nicht, dass es so lange hält. Also ein Milch, ein Getreide und ein Kakaobohne klappt nicht. Gut. Ist mal Bescheid. Zumindest was das anbelangt. Ja, das kann ja alles irgendwie sein, ne? Ja, da gibt's leider zu viele Möglichkeiten. Und da ist wahrscheinlich kein Ei und kein Ding mit drin. Oder ein Ei, ja. Vielleicht ein Ei. Ei, Kakaobohne und Getreide vielleicht? Nö. Oh, Anno macht Wald. Nee, Leute, wie Wald. Das geht so nett. Scheiße. Kein Vivaldi. Ja, hier. Der ist schon fertig. Wie macht Wald? Da hast du den nicht gerade eben gepflanzt. Ja. Okay. Das sah so ein bisschen... Das sieht draußen aus wie so ein riesiger Parkplatz mittlerweile. Alles eingeebnet, nix draufstehend. Aber da hast du jetzt in den Wald hingeklatscht. Ja, nicht direkt in den Wald. Das waren insgesamt zehn Bäume. Vielleicht magst du die mehr verteilt. Eine Zombie-Brutstätte. Die kommen auf, wenn da kein Baum ist, glaube ich. Erst wird das hier mit viel Liebe abgerissen. Und dann... Wir haben wirklich das ganze Ding hier extra blatt gemacht. Mehr oder weniger. Ja, aber was wollt ihr denn da hinmachen? Das ist doch langweilig aus, wenn hier so ein Plattland ist. Wo wollen wir hier Ostfriesland nachbauen? Nur für dich. Danke. Ja. Auch die hier klassische ostfriesische Brücke. Was ist denn das jetzt? Was denn? Ist doch schön. Ist das nicht schön? Deko. Hausdeko. Willst du damit sagen, du findest das nicht schön? Das geht. Das klang nicht überzeugend. Dann habe ich das Ziel erreicht. Das geht. Ich lasse es jetzt. Mir egal. Hast du jetzt davon. Hast du jetzt davon. Hier ist ja eine Toolkiste. Ja. Ich habe sie direkt neben die Toolbox gesetzt. Ich dachte, das passt irgendwie so harmonisch. Toolbox, Toolkiste. Oh, hier sind viele Eier. Ja. Gehört ihr eigentlich, dass es bei mir hier so komisch klopft? Ein bisschen. Was war denn das? Ja, hier wird renoviert schon die ganze Zeit. Seit gestern habe ich Black and White aufgenommen und da wurde hier richtig Hardcore gebohrt auch. Okay. Das war so minimal unangenehm auch zum Aufnehmen halt. Nur in dieser Woche Hardcore bohren bei Penedica. Ja. Das klingt falsch. Ja. Das kann mir nicht helfen. Ja, was können wir denn eigentlich jetzt mal machen? Die Grillecke? Wäre eine gute Idee. Die kann man mal machen. Mann. 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 Ich habe das genau rausgehört. Mann. 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 Es klopft voll laut. Ich muss die ganze Zeit jetzt reden, dass es nicht so klopfen hört bei mir. Blaalala. Es klopft nie. Nein. Nein. Hier wird nicht geklopft. Hier wird nicht geklopft. Und selbst als Welt, dann ist es kein Klopfen. Nein, es ist kein Klopfen. Es ist ein wehrloser Mensch, den ich eingesperrt habe irgendwo. Mit dem du immer wieder rhythmisch drauf umklopfst. Der klopft hier um Hilfe und das will ja gar niemand hören. Nein, das darf man gar nicht sagen, sowas. Du weißt doch, die NSA ist eingesperrt. Ja, natürlich keine Menschen einsperrt. Das ist auch überhaupt nicht lustig. Nee. Aber das hier klopft, ist auch nicht lustig. Das geht so. Hast du gelacht? Sind diese zwei Felder, die hier platzen, bewusst so oder hast du da einfach noch keine Hacke gehabt? Ich weiß gerade... Ah, nein, da hatte ich noch keine Hacke. Alles klar. Oh Mann, es klopft. Ich wollte nur fragen, weil das sah so nach... Ich hab mir aber gerade eine gemacht. Du hast hier was kaputt gemacht. Hast du jetzt auch eine Hacke, oder was? Ich hab da hinten nur einen Kürbis geerntet. Wo sind der Kürbiskern hin? Nee, den hab ich wieder eingepflanzt. Der ist schon eingepflanzt, ist der grüne da. Der Ecke. Der da. Nee. Der relativ grüne da im Eck. Der kleine da. Das, was du jetzt gerade gehakt hast, da war der Kürbis. Ja. Okay. Da hab ich nix kaputt gemacht. Nicht mehr als sonst. Ja, okay. So. Kartoffel. Was? Über was könnte man denn mal so reden noch? Wir sind gerade, im Moment ist es wieder hier überhaupt nicht, glaube ich, null Spannung. So gering kommunikative Leistung. Gering kommunikativ, ja. Also ein Themenvorschlag. Ja, bitte. Google Minus? Nein. Du bist so dermaßen kreativ wieder heute. Und lustig. Oh, und lustig. Zusätzlich. Kreativ und lustig. Ja, wir warten auf deine Themenvorschläge, Anu. Alle warten. Ich hab Google Plus vorgeschlagen. Also jetzt muss man irgendwann anders was hier aussehen. Google Minus vorgeschlagen, was irgendwie, naja. Ja, vorhin haben wir auch Google Plus. Was? Das war doch nur ein ganz spontaner Einfall von dir. Ja, der war auch gar nicht vorher abgesprochen. Völlig zufällig. Voll zufällig hier mal sowas eingeworfen. Themenvorschlag, was hatten wir denn? Ups. Hat man eigentlich das Thema TV-Serien und Filme schon komplett durchgereizt seinerzeit? Ich meine, ihr habt da über so viel gesprochen, was ich gar nicht kannte. Wir könnten mal über Musik reden. Oh Gott, ich bin raus. Als Kontrastprogramm. Anu könnte auch mal eine von seinen Lieblingsserien vielleicht mal erzählen. Ja, Anu, komm, du darfst auch mal was sagen. Wir haben jetzt über unsere Gespräche gesprochen, haben so ein bisschen, weißt du? Ja, was denn? Welchen Spongebob-Serie hast du denn am liebsten geguckt? Weißt du, wenn man dich geschlagen könnte mit Angst. Ich bin jung, ich hab das halt noch geguckt. Entschuldigung. Ich guck doch auch voll gerne Spongebob, Mann. Ich hab das doch auch geguckt, ich guck das auch noch. Okay. Das war schon wieder so ein Lustigmacher. Aber du hast das ernsthaft geguckt, oder was? So als Kind. Also als Kind hab ich nicht Spongebob geguckt. Als Kind gab's bei mir noch gar keinen Spongebob. Ja, eben. Das ist ja der Grund. Ja. Ich war vielleicht, was war ich denn, elf? Sind wir schon so alt, Benedika? Ich befürchte. Verdammt. Es klingt so. Verdammt, verdammt. Ich mach hier mal noch ein bisschen Wiese und so. Also, Lieblingsserien. Da gibt's ja, man kann über Kinderserien reden, man kann über aktuelle Lieblingsserien. Auf was soll man sich denn da eingrenzen? Das sieht irgendwie episch aus. Und hier so durch die Wolke. Du hast außer Spongebob jetzt immer noch nichts erwähnt. Oh ja, mein Big Bang Theory, Boston Legal. Das mag ich auch. Hast du als Kind geguckt? Nein, das sind jetzt irgendwie, wie gesagt, das kann man, Kind, Baby, Erwachsenen. Ich hab als Baby auch voll viele Serien geguckt. Bestimmt, nur ich weiß nichts mehr davon. Huch, was ist denn hier passiert? Ach, verdammt. Ich bin etwas unkoordiniert gerade. 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 Ich mach hier gerade überhaupt nichts, Leute. Ich lauf hier nur 50 Mal durchs Haus. Ich will hier irgendwas zu tun haben. Das war mein Part, ja. Ich wollte gerade hier anfangen, den... Ich wollte den Grillplatz machen, ne? Genau. Damit hab ich jetzt... Hast du den Stein hier rausgenommen, den ich gebrannt hab? Nein. Ich hab den gar nicht reingetan. Bei mir wird immer noch geklopft. Und sie versucht es irgendwie zu kaschieren. Ja. Nein. Nein. Man muss es ja nicht hören. Hä? Was denn? Wieso ist denn jetzt hier ein Pfeil im Haus? Da war kein Pfeil. Mir ist ein Ei runtergeflogen. Ach so. Nennen wir es runtergeflogen, ja. Klingt besser, ne? Aber du hast... Hast du keine Kinderserien geguckt, oder? Also Kinderserien, da könnte ich dir das ganze Disney-Alphabet auszählen. Darkwing, Duck, die Ducktales, Goofy und Max. Ähm... Hier Tigerenten, Club und... Was gibt's da noch? Was ich sonst als Kindheitsserien noch so gehabt, was gab's denn noch so? Hast du nicht so Pokémon und so ein Kram auch geguckt, oder war das dann? Nee. Gab's zwar, aber ich hab's auch zugegebenermaßen vielleicht 5, 6, 7 Mal geguckt und mich versucht da rein zu versetzen in das, aber irgendwie hat's mir nie und nicht gefallen. 5, 6, 7 Mal. Ja. Apropos 5, 6, 7, wie lange geht denn die Folge noch? Ähm... 1, 2, sowas. Ja, wir waren gerade bei 5, 6, 7 Mal. Ach. 1, 2 Minuten. Okay. Ich hab's noch im Auge. Das sehe die... Hey, jetzt mach ich da doch Stein mit. Hä, bin ich jetzt beschuldet? Wie ging denn nochmal der glatte Stein? Bin ich jetzt total mit Schucke? Der glatte Stein ist einfach nur... Ob es so ein Kochen, oder nicht? Ja, aber ich koch doch gerade schon Pflasterstein. Ja, und das ist Glatterstein. Das ist Glatterstein. Der wird bei mir aber gar nicht... Achso, wegen Texturienpack. Glatter wird er nicht. Ah, okay. So wird ein Schuh draus. Aber kann man nicht aus Glatten eine Treppe machen? Ähm, ich glaub nicht. Ich glaub auch nicht. Es geht nur aus Koppel und den anderen Steinarten. So Ziegel und... Ja, jetzt was hättet ihr denn gerne unsere Sitzecke aus Holz? Ich hätte für... Pfff, alle schreien hier, sich zu entscheiden. Ja, Holz würde schon irgendwie ganz gut da reinpassen, oder? So hinter der Mauer und auf dem Grün. Mal eine andere Holzart. Nur mal zum Testen. Mal ganz viel wieder weg. Neben guckt's euch mal an. Lass mich mal noch überraschen. Bist du im Keller? Was? Nein, ich bin beim Grillplatz. Gretner ist im Keller. Woher weißt denn du das? Ähm, Leute. Ich kann durch Wände ahnen. Ähm. Sollen wir gucken, ja? Ja. Wir wollten doch nicht mehr alles besprechen. Das ist auch so ein bisschen texturenpackabhängig, finde ich. Ja, bei mir ist es... Es unterscheidet sich kaum von dem Eichenholz. Bei mir sieht's ganz anders aus, aber... Ja, sieht's denn nach was aus, oder sieht's nicht aus? Muss ja bei allen irgendwie so ein bisschen passen. Es ist okay, aber mir gefällt's noch nicht so ganz. Aber das ist jetzt auch nur meine spezielle Meinung. Okay. Ich hab so eine spezielle Meinung. Ich hab eine ganz spezielle Meinung dazu. Aber jetzt ist die Folge auch rum. Von dem her müssen wir Penedikas Meinung vermutlich auf die nächste Folge verschieben. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Kommst du mal bitte hoch und guckst es schnell noch eben an. Psst. Hä? Muss ich. Ups. Nee, musst du nicht. Hast du jetzt hier was zu meckern? Nein, ich guck nur, was du machst. Legst du einen Boden aus dem Keller, oder wie? Boden verlegen. Ja, wir wollen doch hier unten irgendwann mal unsere Kisten runterlegen. Ah. Wie passt nur auf im Gespräch? Gar nicht. Ist mir aufgefallen. Es fällt auf. Es fällt auf. Ja, mit der Zeit. Wir rufen das immer mal wieder ab, was wir so sprechen. Oh Gott. Da wirst du abgefragt. Ich hab aber Scheiß gebaut. Ja, Folge vorbei. Wir haben uns total gut unterhalten, diese Folge. Bin ich total froh drüber. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Kein Minecraft Let's Play. Bis dann. Tschüss. Oder woanders. Tschüss. 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 Vielen Dank.